Es sind mit Sicherheit die aufregendsten Tage im Leben des Thomas Kemmerich. Gestern wie aus dem Nichts zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt und heute mit Gegenwind konfrontiert, der so heftig ist wie in Florida in der Hurrikan-Saison. So heftig, dass Kemmerich nach nicht einmal einem Tag seinen Rücktritt angekündigt hat. Aber wer ist eigentlich der Politrebell, der wohl als der Ministerpräsident mit der kürzesten Amtszeit aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird? Thomas Kemmerich ist schon zweimal ausgewandert. 1990 ging der gebürtige Aachener von der BRD in die DDR. Dort startete er eine eigene Unternehmensberatung. 1992 wurde Kemmerich dann selber Unternehmer und baute aus den Resten ehemaliger DDR-Betriebe eine erfolgreiche Friseursalonkette auf. Vor zwei Jahren ist Kemmerich dann nochmal ausgewandert, und zwar nach Estland. Allerdings nur digital. Im Wahlkampf wollte er auf das Thema Digitalisierung aufmerksam machen und beantragte eine estnische E-Residence-Card, so eine Art digitale Staatsbürgerschaft. Er wollte damit zeigen, wie wunderbar unkompliziert man im Baltikum alle Behördengänge vom Computer aus erledigen kann. Thüringen, sagte Kemmerich damals, soll das deutsche Estland werden. Die Auswirkungen für Thüringer sind fatal. Das sagte Thomas Kemmerich 2015, als das Mindestlohngesetz vor der Tür stand. Gut, für einen FDP-Mann ist das jetzt nicht wirklich überraschend. Und für einen Unternehmer erst recht nicht. Vor allem nicht für Kemmerich, der sein Geld mit Friseursalons verdient. Übrigens, in kaum einem anderen Bundesland werden Friseure so schlecht bezahlt wie in Thüringen. 2012 wurde die Immunität des Landtagsabgeordneten Thomas Kemmerich aufgehoben. Der Grund? Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung. Das Verfahren wurde eingestellt, nachdem Kemmerich 30.000 Euro an gemeinnützige Organisationen gezahlt hatte. Unschuldig klingt anders. Dass Thomas Kemmerich mithilfe der AfD-Abgeordneten zum Ministerpräsident gewählt wurde, das ist an sich schon schlimm genug. Aber dass mit seiner Wahl die Mehrheitsverhältnisse komplett auf den Kopf gestellt wurden, das ist für mich der eigentliche Skandal. Denn das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik stellt die kleinste Parlamentsfraktion den Regierungschef. Im Thüringer Landtag ist die FDP mit nur fünf Abgeordneten vertreten und hat die 5-Prozent-Hürde gerade einmal um 73 Stimmen geknackt. Ihr kennt garantiert den Satz, ist doch egal wen ich wähle, ändert doch eh nichts. Und so ganz falsch ist er auch nicht. Denn schließlich kann das Wahlvolk nicht wirklich beeinflussen, was seine Vertreter während der Legislaturperiode alles so anrichten. Aber mit unserem bisschen Macht konnten wir uns bisher wenigstens mit diesem Gedanken trösten, dass diejenigen mit vielen Stimmen am Ende irgendwie auch das Sagen haben. Ob nun die Union oder die SPD oder neuerdings auch die Grünen. Egal welche Farbe man mag. Das war immer das Grundprinzip. Und es war deshalb eben doch nicht egal wen wir gewählt haben. Aber seit gestern gilt nicht einmal mehr das. Die FDP bekam bei der letzten Wahl in Thüringen gerade einmal fünf Prozent der Stimmen. Das heißt, 95 Prozent aller Thüringer, die zur Wahl gegangen sind, haben die Partei des neuen Ministerpräsidenten nicht gewählt. Und auch in Kemmerichs Wahlkreis, Erfurt III, war er nicht wirklich der strahlende Sieger. Gerade einmal sieben Prozent für Kemmerich. Das schlechteste Ergebnis aller Vertreter der im Landtag vertretenen Parteien. Ironie der Geschichte? Erfurt III ist auch der Wahlkreis des gestern geschassten Bodo Ramelow. Und der hatte dort mit über 42 Prozent klar gewonnen. Vor jeder Wahl erinnern uns die vielen Experten immer wieder daran, dass wir mit unserer Zweitstimme eine Partei wählen und nicht den Regierungschef. Aber natürlich verdrängen wir das immer wieder gerne, weil Wahlkämpfe nun mal oft auf Personen zugeschnitten sind. Dieses Mal wurden wir schmerzhaft daran erinnert, dass es laut Verfassung am Ende aber doch das Parlament ist, das die Regierung wählt und nicht der Wähler. Die Abgeordneten haben um der Macht willen die Möglichkeiten genutzt, die ihnen die Verfassung bietet. Das war ihr gutes Recht. Aber war es auch richtig? Ich denke nicht. Denn, dass ein Mann Ministerpräsident geworden ist, den 95 Prozent aller Thüringer Wähler nicht wollten, das hat mit Demokratie gar nichts mehr zu tun. Der Rücktritt Kemmerichs ist deshalb die einzig richtige Entscheidung. Dass es aber überhaupt zu weit kommen konnte, ist wirklich bitter. Das war der Grund. Das war der Grund. Das war der Grund. Verstehen die오�